Hallo Tennis Juge! Ihr seid auf dem Kanal Table Tennis For You . Hier findet ihr Video über den tollen Tennis und ihre Entwicklung. Unterstützt unseren Kanal mit einem Like und natürlich, wir sehen uns die Kommentare. also der hat schon muss auch erstmal geschlagen werden wahnsinns ballwechsel muss wohl auch einmal durch pusten die rassimelko kriegt ja noch ganz schön viele bälle zurück obwohl es jetzt halt einfach mal mit 11 zu 4 1 zu 1 steht es zwischen fulda und badkönigshofen um nur einmal ein paar jetzt Ich bin wieder von Boyle. Überhaupt hat Gerasimenko ja erst stark geholt noch aus den tiefen Vorhanden. Vielleicht etwas besser rein, aber ob er Bolt tatsächlich gefährden kann, wird absolut. Das war's für mich, aber es war's für mich. Bisschen Glück weiß, was zu viel ist und was möglich ist. Und von einem Ende... Stark gemacht von Gerassi Menkü, der hier einen Ball nach dem anderen holt. Wahnsinn, der Ballwechsel läuft immer noch. Das gibt es ja gar nicht, meine Damen und Herren. Der Ball... Der Ball... Der Ball... Wieder Glück. Das war eigentlich gut gemacht von Keras. Bisschen Glück hier für Kerasimenko. Oh, Boll holt hier jeden da. Hatten. Hatten. Oh, Boll. Timo Boll gewinnt gegen Kirill Gerasimenko mit 3 zu 0. Gerasimenko war zwischendurch noch mal etwas besser ins Spiel reingekommen. Nachdem Boll gewinnt gegen Kirill Gerasimenko war zwischendurch noch mal etwas besser ins Spiel reingekommen.